Ein weiteres Mal herzlich willkommen aus dem Homeoffice zum Programmieren mit den Bohnen und unserer Freundin des Hauses, der guten Martina. Hallo. Hallo Martina. Hallo. Schön hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass wir es wieder mal geschafft haben. Die vierte Ausgabe unseres Formats, wo wir interessierten Neulingen das Coden und Programmieren beibringen. Und du sagst es. Du bist dafür hervorragend geeignet, denn du machst auch gelegentlich selbst Workshops mit Anfängern. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Eigentlich jeder Erfahrungsstufe. Also von Komplettbeginnern, von Leuten, die schon ein bisschen Erfahrung haben und einfach nur eine andere Sprache kennenlernen wollen. Aber auch regelmäßige Workshops in Firmen, die dann halt richtig hardcore JavaScript lernen wollen oder andere Sprachen. Genau. Hervorragend. Wir haben jetzt schon drei Ausgaben hinter uns und die Leute haben schon angefangen, Hausaufgaben aufzubekommen und sie auch hervorragend zu erledigen. Und das möchte ich natürlich nochmal lobend erwähnen. Im Forum, da wird sich so gerne geholfen untereinander. Also ihr seid da wirklich spitze. Grüße geh raus. Also Toni Lustig sehe ich da oft, der da ganz hervorragend den Leuten hilft und die anderen Namen nicht zu vergessen. Aber es sind einfach so viele, die sich da untereinander helfen. Also bitte unbedingt so weitermachen, denn das macht großen Spaß, da mal wieder reinzugucken und zu sehen, dass wir gar nicht so viel tun müssen, sondern dass ihr das alles auch schon ziemlich gut untereinander hinkriegt. Auf jeden Fall. Ich bin total begeistert. Wir können uns auch einfach mal vielleicht ein paar Hausaufgabenlösungen ansehen. Sehr gerne, denn wir hatten ja auch dieses Mal wieder Hausaufgaben aufgegeben. Ja. Und dann spring doch mal ins Forum und ich greife dein Bildschirm ab. Genau. Ich schere mal wieder kurz dafür mein Screen. So, und dann mache ich den groß. Ich bin hier oben in der Ecke. So, jetzt sind wir im Forum. Da könnt ihr jederzeit eure Hausaufgaben reinschmeißen. Es kam schon die Idee auf, mal einen extra Thread zu machen für die Hausaufgaben. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr ganz so viel. Also vielleicht, wenn das Ganze noch viel weiter geht und noch viel mehr ansteht, dann werden wir das tun. Aber ich glaube, jetzt muss es nicht mehr unbedingt passieren. Genau, weil vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen. Du, wir sind jetzt gerade in der vorletzten Folge. Also wir haben jetzt heute nochmal und nächste Woche Mittwoch. Genau. Das ist genau richtig. Also wir haben uns im Team darauf geeinigt, das erstmal auf fünf Folgen auszulegen und danach gucken wir weiter. Danach könnt ihr dann leer machen, ob es weitergehen soll. Aber erstmal war das Ganze auf fünf Folgen ausgelegt. Deswegen heute nochmal und dann nochmal eine Hausaufgabe und dann widmen wir uns in der nächsten Woche dem großen Abschluss des ganzen Themas. Natürlich ist das Programmieren noch, geht noch viel weiter und es ist ja hier gerade nur die absoluten Grundlagen. Aber irgendwo, also irgendwo hat man dann auch mal erstmal so einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand gegeben. So hiermit könnt ihr arbeiten und vielleicht, wenn es euch interessiert, habt ihr hier schon mal die ersten Werkzeuge. Absolut. Und genau, das ist auch wichtig zu erwähnen vielleicht, weil ich bin überzeugt davon, dass sobald wir nächste Woche abgeschlossen haben, uns wahnsinnig viele Nachrichten erreichen wie, ja was, aber das gehört doch zu den Basics und das und das. Natürlich. Aber wie auch schon sehr oft erwähnt, fünfmal eine Stunde ist natürlich relativ wenig. Deshalb haben wir uns auf ein paar Basics geeinigt, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Also verzeiht uns, wenn da bestimmt noch bestimmte Dinge zu simpel erklärt werden oder vielleicht auch nicht einfach drin sind. Genau. Was war denn die Hausaufgabe vom letzten Mal? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir sollten uns mit einem Array aus Lieblingszahlen beschäftigen und du hast es da schon offen. Das ist ziemlich gut, denn man sollte einerseits mit einer Schleife das Array durchgehen und alle ungeraden Zahlen ausgeben in der Konsole und man sollte einmal alle Zahlen in dem Array zusammenrechnen. Also Array, wir erinnern uns wie eine Art Perlenkette von x-beliebigen Dingen. Also in dem Array können viele Dinge stehen. Das müssen nicht nur Zahlen sein, aber diesmal haben wir nur mit Zahlen gearbeitet. Und dann haben wir jetzt quasi auch eine Quersumme, nee, nicht eine Quersumme, sondern eine Summe aus allen Einträgen gebildet. Wow, Quersumme ist aber auch eine gute Idee. Könnte man auch noch. Nichts Hausaufgabe. Okay, ja, ist klar. Genau, wir haben super viele Einreichungen, also Einreichungen haben super viele Leute, wir werden natürlich gepostet. Viele, viele richtige Ansätze und ich fand es auch so cool. Viele haben was probiert und dann halt auch ihren Gedankenweg quasi formuliert. Und ich fand bei so vielen den Gedankenweg, der war total richtig, sie konnten es nur nicht in der Sprache ausdrücken. Und da kamen so viele coole Sachen raus. Ich habe mir mal zwei rausgepickt hier. Die fand ich sehr cool, weil das genau zeigt, was eigentlich das Problem ist, was eine Vorschleife lösen kann. Weil man hier zum Beispiel sieht, dass hier, also die Lösung funktioniert, die ist super richtig eine Lösung, aber in dem Fall ist die Vorschleife tatsächlich sogar überflüssig. Überflüssig. Ja, genau. Warum? Denn eine Vorschleife soll uns ja nicht die Arbeit abnehmen, alles händisch hinzuschreiben. Und hier wurde halt dann halt, ab Zeile 5 bis Zeile 9, wurden halt wieder händisch alle Array-Einträge durchgegangen, indem man einfach in die eckigen Klammer 0, 1, 2, 3, 4, 4 schreibt. Natürlich funktioniert das und es kommt auch zu keinem Fehler, aber es ist nicht Sinn und Zweck der Vorschleife. Weil im ersten Schleifendurchlauf ist i 0, im zweiten Schleifendurchlauf ist i 1 und dann im dritten ist i 2, im vierten 3, im fünften 4 und so weiter. Das heißt, wenn man einfach nur eine einzige Zeile schreibt und i immer hier als den Index einsetzt, passiert das ganz automatisch. Genau, man denkt halt nicht dran, also das ist diese Hürde, die es zu überwinden gilt, dass man dran denken kann, ich könnte ja statt einer Zahl da auch einfach eine Variable, die ja i ist, einsetzen. Ganz genau. Genau. Und deshalb ist ein Vorschleifen da sehr cool. Ein Hinweis hier noch, man kann, oder man sollte, nicht man kann, man soll, ah, ich sehe, oh, ich sehe tatsächlich jetzt gerade sogar zwei Sachen hier, immer einrücken, auf die Einrückung achten, weil das If ist ja innerhalb dieses Blocks von diesem Vor. Als Block meine ich diese geschweiften Klammern. Und wenn ich jetzt da drauf sehe, meine ich, dass eigentlich das If auf derselben Ebene ist von diesem Vor und dadurch gehört es gar nicht zusammen. Es ist wichtig, dass wenn man Code ansieht, auf dem ersten Blick sofort erkennt, ah, okay, das ist verschachtelt, das gehört da rein und das gehört zu diesem Block oder zu diesem Codesnippel. Das ist immer sehr wichtig. Ich kann mir aber vorstellen, dass, weil ich das gerade sehe, Visual Studio Code das automatisch gerade für dich abgenommen hat und gedacht hat, das wäre so, weil hinten ein Semikolon gemacht wurde. Ja, das gehört da gar nicht richtig hin, ne? Genau. Schaut dir das einfach nochmal an, weil das Semikolon heißt, das Statement ist fertig, da kommt danach gar nichts mehr. Aber wir sind ja nicht fertig. Wir fangen ja erst, wenn wir das vorhin geschrieben haben, fangen wir ja gerade jetzt richtig an. Dann wird ja erst geschrieben, was letztendlich in dem sogenannten Buddy, heißt Vor-Buddy, nenne ich es immer gerne, reingeschrieben werden muss. Das dazu, dann habe ich noch eine zweite Lösung, die ist von, genau, Gerd2D2. Grüße an dich. Fand ich auch sehr cool, war auch vollkommen richtig. Genauso wie hier richtig gemacht wurde mit diesem Zähler hier, mit dieser Zähler-Variable. Er hat Zähler genannt, er oder sie, ich denke mal vom Namen her, es ist ein R, hat hier richtig als Index diese Zähler-Variable genommen und dann halt wie gewollt ausgeprintet. Hier unten, das fand ich so, das fand ich auch, ich bin immer, ich liebe es, Code anderer Menschen zu sehen, weil es immer die Kreativität auch fördert und auch inspiriert natürlich auch mich selbst irgendwie, wie ich meinen eigenen Code vielleicht machen kann. Genau, was hier zum Beispiel ist, stimmt alles, alles super, du hast hier eine Abbruchbedingung formuliert, innerhalb der Schleife. Aha, ja. Siehst du das, du auch? Ja, genau, also sobald, ach ja, sobald, ja, ja, gut, alles klar, sobald Zähler die Länge des Areas ist, ist ja eigentlich unnötig. Genau, weil wir haben das ja schon, also diese Abbruchbedingung gibt es schon, auch das nimmt die Vorschleife uns ab. Genau, die Vorschleife wird abgebrochen, wenn die Bedingung da im zweiten Parameter erreicht ist und dann wird der restliche Code, alles was unter der Vorschleife steht, ausgeführt. Das heißt, du könntest einfach nur dieses if weglassen und console.log hinter die Vorschleife schreiben. Genau, genau, zwischen den zwei Klammern hier unten, also in Zwischenzeile 91 und 92, wenn ich es richtig sehe, aber ich glaube, die Klammerung ist ein bisschen falsch, wenn ich das jetzt gerade so sehe, generell. Könnte eine zu viel sein. Genau, ich glaube, das ist auch eine zu viel, weil die erste Vorschleife geht irgendwie um alles drum, gell? Stimmt. Vielleicht hast du deswegen, Gerd, auch das Konsole-Log da irgendwie reingemacht. Genau, weil die Vorschleife geht irgendwie gerade um beide Vorschleifen herum irgendwie. Stimmt, das heißt, es würde doppelt und dreifach und x-fach ausgeführt werden. Ja, okay, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr die Sachen nicht verschachtelt, weil die geschwungenen Klammern, da müsst ihr aufpassen, wo ihr die setzt und zwar geschickt setzen. Ich habe noch eine Frage von Nesis90 aus dem Chat. Ja. Bezüglich Einrückung. Ist das wichtig für den Code oder nur fürs Auge? Für JavaScript ist es fürs Auge. Es gibt aber Programmiersprachen, Python zum Beispiel, wo es tatsächlich wichtig für den Code ist, damit der Code richtig verstanden wird, also die Laufzeit, die Software, die das ausführt, damit die versteht, zu was wohin gehört. Ob das jetzt der Funktions-Buddy ist oder der Vor-Buddy. Da ist es wichtig, auf die Eindrückung zu achten. Aber ansonsten ist es für den Auge. Und wir schreiben hier 9 bis vielleicht 15 Zeilen Code, da hat man schon noch einen Überblick. Aber so eine Datei kann gerne mal 500 Zeilen Code sein oder auch mal 1000 Zeilen Code, was vielleicht man auch nicht machen soll, aber generell, da verliert man sehr schnell den Überblick. Es ist umso wichtiger, dass man, wenn man auf dem Bildschirm drauf guckt, sehr schnell sieht, wo was hingehört. Also in der Programmiersprache JavaScript ist es nur fürs Auge. Und kannst du noch mal im Forum das Beispiel zeigen, da hat jemand die Hausaufgabe auch gelöst, aber in Unreal Engine 4. Ah, stimmt, ja, das fand ich auch super, super cool. Da hat er, glaube ich, einen Screenshot gepostet. Genau, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der, nein, jetzt finde ich ihn nicht. Weil in Unreal Engine kann man entweder programmieren in klassischem Code oder man macht das alles mit diesem Node Editor, wo man die einzelnen Befehle so sich anordnet. Und ich zum Beispiel verstehe kaum was von Unreal Engine 4. Ich auch nicht. Ich habe nur mal ein, zwei Tage damit gearbeitet, aber dann auch links liegen lassen. Aber es sieht ja alles irgendwie ganz logisch aus, bestimmt, für Leute, die sich damit auskennen. Aber so kann man das auch erklären, dass sich, man muss nicht alles in JavaScript machen, sondern ganz viele Prinzipien, die wir euch auch hier beibringen, wie Schleifen und Arrays und sonst was alles, die lassen sich einfach, die sind universell. Die gibt es in jeder Programmiersprache und die lassen sich dann auch in jeder Programmiersprache irgendwie abbilden. Ja, ich finde es auch so super cool, wie gesagt, wie kreativ ihr auch gewesen seid und wie viele, direkt die Sendung war vorbei und fünf Minuten später habe ich schon eine Lösung, als habe ich schon die erste Lösung im Forum gesehen. Super, super toll. Genau, dann würde ich mal sagen, was machen wir heute? Was ist der heutige Plan? Ich würde gerne kurz mit euch die Lösung, also nochmal das Problem quasi implementieren, aber vielleicht ein bisschen anders, vielleicht mit ein bisschen clevereren Konstrukten und so wie das letzte Mal, wo wir anstatt dem if ein switchcase benutzt haben und dann noch andere Arten von Arrays zeigen. Also noch ein bisschen, bitte nochmal kurz, weil letztes Mal bei Arrays ziemlich durchgerusht sozusagen, mal kurz einen Schritt zurück und Arrays und jetzt mal Arrays richtig sozusagen. Auch noch, es gibt noch eine andere Form von Array, das nennt sich als Fachwort assoziatives Array und dann, je nachdem, wie viel Zeit da noch ist, noch die Do-While und die While-Schleife. Wunderbar, dann haben wir ja einen Plan für die heutige Folge. Ja. Dann legen wir doch mal los. Wie könnte man die Aufgabe lösen oder was möchtest du uns mit den Arrays zeigen? Genau, weil wir haben ja jetzt gerade den Fall, dass wir jetzt hier im Prinzip gesagt, einfach nur geschrieben haben, okay, if jetzt diese Zahl-Array hier eben an der Stelle Zähler Modulo 2 gleich 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 Null ist, dann, dann printe es aus. Ich weiß gerade nicht, wie es rum war, aber umgeraten, ob sie printet werden sollen oder die, aber ich sage jetzt mal, dann printe die Geratenzahne aus. Das war ja letztendlich schon die Aufgabe. Was ich euch ja nicht verraten habe, ist, dass es diesen Modulo-Operator gibt. Ja, genau, das haben viele von euch dann hervorragend rausgefunden. Das war von uns so ein bisschen, mal gucken, ob sie drauf kommen. Ja, und ihr seid drauf gekommen. Sehr, sehr, sehr cool. Der Modulo-Operator ist einfach wie so ein Rest. Also wenn es Rest gibt in der Teilung, dann ist es natürlich ungerade. Aber Arrays können noch viel, viel mehr. Ein paar haben auch das wahrscheinlich schon erfahrenere Entwickler, haben das auch schon im Forum gepostet, diese Art von Lösung. Aber ein Array hat selbst sogenannte Unterprogramme und Funktionen, mit dem ich das alles in einer Zeile Code schreiben kann. Jetzt versprichst du viel. Ah, ich weiß. Ei, 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 Martina. Ich stehe total drauf, wenn ich aus vier zu ein, eine machen kann. Ja, reduzieren ist immer geil. Es wird ein bisschen unleserlicher. Den Kompromiss müssen wir eingehen, aber dafür sparen wir Code-Zeilen. Da sagst du auch was Gutes. Es wird unleserlicher und Menschen neigen dazu, oder viele Programmierer neigen dazu, zu zeigen, was sie können und was sie drauf haben. Und dann schreiben sie alles in einer Zeile. Man kann so nicht lesen, das ist genauso. Ich bin so gut, weil ich alles in einer Zeile schreibe. Ja, aber kein Arsch, versteht ein Code auf den ersten Blick. Richtig, und man muss halt da, ja, man weiß, okay, du hast es drauf, aber ich kann es halt nicht lesen. Also, naja. Auf jeden Fall gibt es, weil was machen wir hier eigentlich? Wir filtern das Array, oder? Ja, ja. Im Prinzip. Wir stellen noch nichts wirklich mit dem Array an, also mit dem gefilterten. Bisher geben wir ja nur die Elemente aus. Aber was ist denn, wenn wir zum Beispiel mit den ungeraden Zahlen jetzt auch was machen wollen? Dann haben wir die gar nicht zur Verfügung, weil wir haben sie einfach nur in die Konsole geschrieben. Aber Filter könnte dieses Problem lösen. Genau, da kann ich vielleicht als ersten Schritt sagen, was man natürlich, was man tun könnte, ist, ich lege einfach ein, ich nenne es mal Filter Array an, was erstmal ein leeres Array ist. Okay. So würde ich jetzt einfach mal ein leeres Array anlegen. Und was ich theoretischerweise tun könnte, anstatt hier einfach immer ein Konsole-Log zu machen, immer die geraten Zahlen in dieses Filter-Array reinlegen. Okay, wie geht das? Den Befehl haben wir, glaube ich, noch nicht gelernt. Den haben wir noch nicht gelernt, genau. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Es gibt einen Befehl, der nennt sich Push. Ah. Mit einem Push-Befehl und dann natürlich, was ich, also wenn ich Befehl sage, wenn ich Funktion sage, meine ich immer sowas wie dieses Sub-Programm, wie das Sub-Programm Konsole-Log. Da haben wir auch was rein übergeben und Magic, Magic happens. Genau, es gibt von vielen Befehlen in JavaScript eben diese Unterfunktionen, die sind in der Sprache schon vordefiniert, wie zum Beispiel das Konsole hat den Befehl Punkt-Log. Und Arrays, wenn ihr ein Array anlegt, dann haben die automatisch Befehle XY und so weiter. Und wie zum Beispiel Punkt-Push. Genau, ein Array ist auch ein gewisser Datentyp in JavaScript, also auch in anderen Programmiersprachen. Und dieser Datentyp hat auch Befehle. Befehle, die gezielt nur es für das Array gibt. Wie Punkt-Push. Und Punkt-Push heißt, jetzt schreibe mir bitte diese Zahl in dieses Array rein. Und jetzt später irgendwo, an dies, an hier irgendwo, könnte ich jetzt, das können wir gerne mal machen, mache ich mal ein Controller-Log, das Filter-Array. Da habe ich eins vergessen zu sagen, ich habe eine extra Datei angelegt, weil Toni Lustig hat mir tatsächlich eine private Nachricht geschickt für den super guten Feedback und super guten Hinweis, dass es vielleicht Sinn macht, wenn man gewisse Themengebiete eingrenzen möchte, vielleicht eine neue Datei anzulegen. Und so habe ich jetzt den weltzerstörenden Doom-Calculator in einer Datei, also in einer Datei, und die ganzen Sachen mit den ganzen Schleifen und Arrays habe ich jetzt eine andere Datei ausgelagert. Ja, ja. Super guter Hinweis und macht auch auf jeden Fall Sinn. Okay, übrigens total cool, dass ihr dann in euren Hausaufgaben auch immer die Datei doom.js genannt habt. Aber es ist natürlich der Taschenrechner des Weltuntergangs. Genau, und das habe ich jetzt schon mal ausgeführt. Und da sieht man, dass jetzt hier in diesem Filter-Array hier unten natürlich nur die zwei Zahlen drin sind, die auch gerade waren. Stimmt das? Ja, genau. Also die 34 und die 50. Also um das nochmal ganz kurz durchzugehen. Wir haben ein leeres Array, das heißt Filter-Array. Und dann, wir gehen das Zahl-Array durch, suchen uns alle geraden Zahlen und dann schreiben wir alle geraden Zahlen in das noch leere Filter-Array. Und ganz unten geben wir das Filter-Array, was ja jetzt die geraden Zahlen beinhalten sollte, aus. Ja. Und das hat funktioniert. Und es funktioniert auch nur, weil wir hier überhalb der Schleife, also überhalb, oberhalb, oberhalb der Schleife, diese Variable als Array deklarieren. Mhm, mhm. Weil die Frage ist auch im Forum aufgetaucht, würde ich das jetzt hier drin deklarieren? Wäre dieses Filter-Array nur hier sichtbar, zwischen diesen zwei Blöcken, also Klammern, was ein Block definiert, sichtbar? Und dann könnte ich hier unten gar nicht mehr darauf zugreifen, was auch immer da reingeschrieben werden würde. Es würde einfach undefined rauskommen. Ja. Genau. Das heißt, so ist eine Möglichkeit, Dinge in ein Array reinzuspeichern. Aber wie gesagt, hat jetzt dieses Array noch einen anderen Befehl. Also Arrays haben noch einen anderen Befehl, mehrere Befehle, aber ein Befehl davon ist, Elemente zu filtern, die in dem Array drin sind. Mhm. Wie heißt, man könnte natürlich, okay, wie heißt diese Funktion jetzt? Es ist ziemlich offensichtlich. Tada! Wow, man hätte das gedacht. Also jetzt holen wir uns ein Sieb und halten den an das Array, äh, das Sieb. Und jetzt folgt ein Syntax, für den entschuldige ich mich im Voraus, weil der sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber im Prinzip schreibe ich jetzt hier drin, in diesen zwei Klammern, übergebe ich jetzt nicht einfach so ein Parameter, wie jetzt ein Variable oder wie ein String oder so, also eine Zeichenkette. Was ich da rein übergebe, ist ein Subprogramm, also eine Funktion. Ich übergebe jetzt da rein eine Funktion, die automatisch für jedes Element, was in diesem Array ist, ausgeführt werden soll. Ah. Also, das, wie gesagt, das ist, ich sag, ich sag erst mal sowas wie, ähm, okay, mein, mein, ich brauch irgendwie das eine Element. Das eine Element hab, bekomme ich jetzt hier, Element, so. Mhm. Und jetzt, äh, wer, wer Lambda ist, für, wer Lambdas kennt, wer so eine Programmierung schon kennt, dem wird das jetzt sehr vertraut vorkommen. Jetzt sage ich, okay, was soll mit diesem einen Element passieren? Mhm. Dafür gibt es so eine Fat Error Notationsform. Das heißt, jetzt, es ist im Prinzip wie ein implizites Schleifendurchlauf von dem Array. Okay, ich glaub, jetzt explodiert es schon einigen Leuten der Kopf. Genau, deshalb, ähm, ich schreib's jetzt mal kurz hin und dann erklär, ich weiß, es ist, äh, wieder, wie gesagt, man muss sich daran gewöhnen. Ja. Ich erklär's, wenn ich's hingeschrieben hab, erklär's nochmal in Ruhe. Wunderbar. Das heißt, es gibt jetzt ein Element im Array, für jedes Element in diesem Array, möchte ich eine Bedingung, ähm, ausgeführt haben, eine Bedingung, äh, ja, ausgeführt haben. Die dann letztendlich nur diese Elemente zurückgibt, auf die diese Bedingung zutrifft. Mhm. Okay, das heißt, ich möchte, dass, wenn dieses Element Modulo 2 gleich Null ist, Punkt. Punkt. Okay. Oh mein Gott, was zur Hölle. Genau, also, ne, für alle Neulinge, wir hoffen, wir haben euch noch nicht verloren, äh, geht das doch mal in Ruhe durch. Was passiert hier genau, nach und nach? Genau, dieses Filter, diese Filterfunktion erwartet eine, erwartet eine Funktion, die, ähm, quasi die Bedingung stellt. Die Bedingung, nach was gefiltert werden soll. Und, was ich übergebe, in diese Funktion, was implizit ausgeführt wird, ist, dass das für jedes Element in diesem Array passieren soll. Mhm. Es passiert ganz automatisch, das ist implizite Magic. Das heißt, dieses Filter hintendran macht auch nichts anderes wie eine Schleife. Eine implizite Schleife über alle Elemente drüber. Das ist halt speziell für dieses, für diese Unterfunktion, die, alles, was du da reinkippst, also, äh, iteriert über alle Array-Elemente. Ja. Und dann, und dann habe ich, und ich kann halt hier drin dann quasi, habe ich dann Zugriff immer auf das jeweilige einzelne Element. Das heißt, es wird, es wird eine implizite Schleife, es ist nichts anderes wie eine Schleife, es wird schon eine implizite, das ist nur der Syntax dafür, an dem man sich gewöhnen muss. Es wird schon eine implizite Schleife immer wieder ausgeführt. Also, es ist auch, an der, nach dem ersten Schleifendurchlauf steht in Element, ähm, jetzt die 23 drin. Im zweiten Schleifendurchlauf steht in Element die Zahl 11 drin. Mhm. Es ist, das passiert aber jetzt automatisch. Mhm. Und dann gebe ich hier nur eben, diese, dieser Syntax ist notwendig dafür, der ist ganz wichtig, ähm, das darf man nicht vergessen, und dann gebe ich hier hinten dran die Bedingung eben an. Wie, unsere Bedingung, dass das Element Modulo 2 Null sein muss, was heißt, dass sie gerade sein muss. Ah, ich kriege hier gerade einen guten Hinweis aus dem Chat. Mhm. Natürlich, also man könnte es noch ein bisschen umständlicher machen, wie zum Beispiel, wenn man einfach eine Funktion schreibt, die dir, äh, das abgleicht, und dann kippt man diese Funktion in den Filter rein. Du hast jetzt quasi schon im Filter, äh, alles ausgeschrieben. Das spart natürlich auch Platz. Genau, du, ähm, was er meint ist, ja jetzt quasi, was hier? Genau, genau, genau. Und natürlich noch, ähm, ähm, Filter Even nennen, das ist mein Filter Even. Klar. Mhm. Und das ist dann hier jetzt immer quasi einfach nur, tschuh. Genau, genau. Das ist vielleicht auch erstmal ein bisschen einfacher. Ähm, guter Hinweis. Aber auch da wieder ist es nicht direkt ersichtlich, warum er dann, warum das Element dann in Filter Even reingekippt wird. Also alles so ein bisschen verschwurbelt, verschachtelt, aber es funktioniert. Aber es funktioniert, ähm, genau, aber vielleicht wird es, wenn ich jetzt mal so rum das schreibe, auch ein bisschen klarer, dass das, was hier drin ist, ist nichts anderes als eine Funktion, die jetzt auf jedes Element ausgeführt wird. Weil das Filter einen impliziten Schleifendurchlauf macht. Ja. Genau, ich würde, ich lasse das mal oben stehen zum Vergleich. Ich, äh, würde das kurz wieder umschreiben. Einfach, weil halt, es ist halt sehr, ähm, wenn man sich an den Syntax gewöhnt hat und einfach damit, damit d'accord, also damit einverstanden ist, okay, das ist halt jetzt einfach so. Dann wird einem das, dann fällt einem das auch ein bisschen leichter. So, jetzt ist natürlich die Frage, hä, aber wie komme ich jetzt, also, ja, okay, aber wie, das ist zwar jetzt schön, was da steht, aber wie komme ich denn jetzt an die geraten Zahlen dran? Also wie, hier, hier unten habe ich ja in das Filter Area immer was reingepusht. Ja, genau. Und konnte das hier, wie, hä? Bisher, bisher haben wir das Sieb angelegt und der Sand rieselt durch, aber der rieselt halt einfach auf dem Boden. Genau, richtig. Und jetzt, ähm, kommt die Magic. Ja, Magic. Die Magic, dieses, diese Funktion liefert mir, also hat returned natürlich etwas, also jede Funktion kann ja etwas return, wie die hier jetzt, etwas zurückgeben. Und diese Funktion gibt mir ein neues Area zurück, wo alle, alle, alle Elemente drin sind, auf die diese Bedingung zugetroffen hat. Okay. Also, wo der Sand durchgerieselt ist durch den Sieb, wo der Sieb hier nicht aufgehalten hat, sondern die Sandkörner würden jetzt in dieses Area reinlanden. Das heißt, wenn ich das hier mal, mal komplett auskommentiere und jetzt einfach sage, okay, dass das Filter Array eben genau das ist, weil Filter liefert mir ein neues Area zurück. Okay, lass, ich mache eine Funktion auf das Zahl Array, dann kriege ich eine neue Perlenkette oder wie auch immer zurück und die schreibe ich in die Variable Filter Array. Genau, weil, wie gesagt, diese Filterfunktion, diese Filterprogramm liefert mir eben dieses gefilterte Array automatisch zurück. Schauen wir doch mal, ob das funktioniert hat. Genau, wir haben es noch gar nicht getestet. Angst, guck mal. Es ist immer so. Es könnte auch, ne? Jaja. Es könnte noch was passieren hier. Irgendwelche Brennstäbe fallen runter oder hoch. Aber heute nicht. Um jetzt mal das ein bisschen schön zu haben, tue ich mal diese Funktion jetzt hier, diese Vorschleife rauslöschen. Stimmt. Das heißt... Die brauchen wir ja nicht mehr. Die brauchen wir nicht. Wir haben es ja jetzt viel geiler in einer Zeile. Das heißt, Filter ist ein Hilfsmittel, mit dem ich ganz schnell und ganz leicht Funktionen und Funktionen auf dem Area ausführen kann und nach irgendwas filtern kann. Ich kann jegliche Bedingungen hier hinten reinschreiben. Also es muss nicht unbedingt... Ich kann alles, was zu wahr oder falsch ausgewertet sein kann, kann ich hier hinschreiben. Aber es muss, es muss zu wahr oder falsch ausgewertet werden, sonst bekomme ich einen Fehler. Weil darauf baut ja die ganze Filterfunktion aus. Dass hier hinten dran, zu dem, was ich da markiert habe, eine Bedingung ist, also halt ein Sieb, wie du schon richtig gesagt hast. Genau, ihr könnt, oder sagen wir mal, stellen wir uns mal wieder was vor, ihr habt auf der LBTV-Seite, habt ihr die Seite Bohnen und da seht ihr dann On-Air-Gesichter oder die Leute im Hintergrund, die Crew oder auch Freunde des Hauses. Und dann stellt euch vor, ihr habt ein Array von Bohnen und jede Bohne hat eine Eigenschaft, nämlich ihre Rolle. So, und dann filtert ihr, dann wollt ihr jetzt nur die Leute, aber das ist ein großes Array mit allen Bohnen drin. Und ihr wollt nur die On-Air-Gesichter rausfiltern. Dann würde das zum Beispiel so aussehen wie Element und dann der dicke Pfeil. Element.roll, wie es auch immer dann heißt in der Bohne, gleich On-Air. Ich könnte mal so, ich könnte mal so. Behen, Roll, ist gleich. Ja, nicht Boolean.roll. Achso, ich wollte eigentlich Bohne schreiben, Bean wollte ich eigentlich schreiben, aber es hat mir Beans.roll, ist gleich, sagen wir mal On-Air. Zum Beispiel, so könnte es in einem anderen Fall aussehen, also ziemlich so habe ich es dann bei mir geschrieben. Das ist Produktiv-Code von dir. Das ist ungefähr so, ja. Ich habe es zwar nochmal im Angular-Template geschrieben, da schreibt man es ja nochmal ein bisschen anders, aber... Also es war gerade kein Vorwurf, nur, die schreiben schon Produktiv-Code hier übrigens. Ja, ungefähr so sieht dann halt Code aus für Echt-Anwendungen. Ja, also Filter ist was, das benutzt man immer, tatsächlich. Und es gibt halt noch viel, viel mehr solche Array-Funktionen, weil wir haben hier jetzt, ich möchte nämlich noch auf eine andere eingehen, die wir auch immer verwenden, wirklich immer, zu 29,5 Prozent, 99,5 Prozent der Fälle. Oha, jetzt kommt's. Und zwar, hier haben wir ja jetzt gerade eine Funktion, die filtert, dieses implizite Magic for Each, also für jedes Element, die Schleife und so weiter. Aber es gibt noch eine generellere, gibt's das Wort überhaupt? Eine generellere Form davon. Also sowas wie, okay, du gehst über jedes Element drüber, aber dann, was du mit dem Element machen sollst, das steht jetzt hier hinten als Body drin. Mhm, ja, ja. Zum Beispiel könnte ich dann sagen, okay, ich möchte, dass jedes Element mal zwei genommen wird. Stimmt, oder um eins erhöht wird, oder was auch immer. Oder um eins erhöht. Also je nachdem, wie wir benutzen jetzt gerade Zahlen, was wie, man kann natürlich die Zeichenkette nicht mal zwei nehmen, das wären dann andere Operationen. Aber so, wenn man mit Zahlen arbeitet, wäre das dann zum Beispiel was, okay, mal zwei genommen. Wie sieht das aus? Arbeiten wir mal weiterhin mit dem Zahlen-Array. Und dieses Zahl-Array hat eine weitere Funktion, die heißt Map. Map, ja. Und auch hier habe ich wieder meine Klammern. Und was ich hier übergebe, der typische Syntax, Element, dicke Pfeiltaste. Und jetzt kann ich hier hinten drin schreiben, was soll mit den Elementen passieren? Was soll mit den Elementen passieren? Du, sag nicht mal 500 Milliarden Tausend, bitte. Och Mann, och Mann. Also ich möchte, ich möchte mir die Arbeit ersparen, um die ganzen Zahlen von Hand anzupassen und würde sie gerne alle um eins erhöhen. Okay, das heißt, wir haben ja sehr gut, oh, das ist eine sehr gute Referenz auf letztes Mal, du Fuchs. Weil man könnte natürlich jetzt sagen, man macht einfach Element plus eins. Aber wir haben letztes Mal noch einen anderen Syntax kennengelernt, wenn ihr euch daran erinnert. Na, denk mal nach, welcher war das? Was kann man kurz für, warte, wir warten mal auf den Chat. Wir warten mal auf den Chat. Quantenmechaniker ist der erste, plus plus. Ja, vollkommen richtig. Sehr gut. Man kann einfach dieses Element plus plus, wie hier unten, wie wir das auch schon bei der Vorschreibe kennengelernt haben. Genau, das ist eine Abkürzung für den Befehl. Ja, cool. Okay. Fertig ist es. Natürlich, genauso wie bei Filter, liefert Map auch wieder das Array zurück, was jetzt auf alle Funktionen zugetroffen hat. Also, äh, sorry, nee, was, äh, wie war die Formulierung? Was jetzt, äh, das neue Array mit voller Elementen, wo die Funktion ausgeführt wurde auf jedes Element. Ja, ja, müssen wir jetzt noch damit was machen? Genau, ich würde jetzt, jetzt ein zweites Levels Array quasi anlegen. Ich könnte, man kann das auch hier direkt machen. Ich kann auch hier sagen, let, ähm, increased by one Array. Mhm. Nennen wir es mal so, ähm, oder um eins erhöht Array. Für nur ein C. Sehr gut. Ne? Ich hab heute ein Auge drauf. Dafür ist Pair Programming das. Ja, ne? Ist auch sehr wichtig. Genau, also wie auch bei Filter, liefert jetzt dieses Map auch wieder ein Array zurück, ähm, was halt dann die Funktion Applied hat. Äh, was ist das deutsche Wort für Apply? Anwenden. Anwend, du Fuchs. Anwenden, was halt das, ähm, genau, was halt jedes Element diese Funktion angewandt hat. Dann geben wir das mal aus und schauen mal, was jetzt passiert. Einfach mal schauen. Ausgeführt. Oh, nein, das stimmt tatsächlich nicht. Oh, 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 oh. Anwenden haben wir vergessen. Also, äh, für alle, die sich jetzt fragen, hä, warum stimmt das denn nicht? Wir haben genau das obere Array wieder nur ausgegeben und da ist jetzt gar nichts dran verändert worden. So, es kam gerade aus dem Chat der Hinweis von Skycrumb, dass man plus gleich eins nehmen sollte. Ah, natürlich, ja, natürlich. Danke, deswegen ist Pair-Programming gut, natürlich. Wir machen hier Pair-Programming mit, äh, tausenden von Zuschauern, das ist ganz nice. Super geil, natürlich, natürlich, äh, weil, okay, ähm, ich muss ja, ähm, für alle anderen, ähm, was ich im Prinzip gemacht habe, ist Element plus eins. Aber, ähm, genauso wie ihr euch vielleicht hier unten an die Hausaufgabe erinnern könnt, muss ich ja das zuweisen. Also, ich müsste sowas schreiben, wie, ihr habt ja Sum immer gleich dann das Array plus, also die vorige Sum, also, ich schreibe das mal kurz hin. Ihr habt ja dann immer sowas gemacht. Sum ist gleich Sum plus dann das Array an der Stelle von dem Zähler gemacht. Ja. Das heißt, ich muss natürlich es auch wieder zurückschreiben in dasselbe Element. Das heißt, das alleine reicht nicht. Das heißt, ich müsste oben, ich müsste hier reinschreiben, so etwas wie Element ist gleich. Genau, dieses gleich ist das Allerwichtigste. Ganz genau. Sonst wird es nicht verändert. Ganz genau. Dankeschön für den Hinweis. Das heißt, ihr Füchse. Und die Short-Tand, also die kürzere Schreibweise, es gibt Element plus plus, aber auch hierfür gibt es eine kürzere Schreibweise und das ist plus gleich. Mhm. Das heißt, das hier ist genau dasselbe wie das hier, nur wieder kürzer geschrieben. Ja, dann packen wir doch das mal in die Map-Dingsbum, in die Funktion. Genau, plus gleich 1. So, dann wird es gleichzeitig um 1 erhöht und wieder in Element reingeschrieben. Das heißt jetzt, jetzt könnte es funktionieren. Ja, 24, 12, 35, 30, 51. Wir haben das Array um 1 erhöht und in ein neues Array geschrieben. Vielen Dank für diesen Hinweis, war sehr, sehr clever. Also, sehr gut. Eine kurze Frage. So, wenn man jetzt das nicht in ein neues Array geschrieben hätte, was wäre dann passiert? Also dann, ich glaube, eigentlich nichts, oder? Warum probieren wir es nicht einfach aus? Ja, bitte zeig mir mal, was passiert, wenn man das nicht in ein neues schreibt. Ich meine, ich kann das ja einfach mal so machen. Ich meine, was soll ich ausgeben davon? Soll ich Zahl-Array einfach ausgeben? Genau, weil mit dem arbeiten wir ja und auf das führen wir die Map aus, aber passiert denn irgendwas? Schauen wir doch mal. Gehen wir mal kurz, schauen wir mal, was passiert. Okay. Es passiert nichts. Also nur weil wir Map drauf ausführen, passiert noch nichts mit dem Original Array. Genau. Das ist auch der Grund, warum dieses Filter oder Map, aber es gibt noch ein paar andere Funktionen, immer was Neues zurückliefern. Weil ich kann das auch nochmal so machen, weil es ist auch manchmal wichtig, dass man das Original Array nicht verändert, sondern das quasi wie eine Kopie erstellt wird. Also es wird ein ganz neues Array erstellt und das alte Array bleibt noch erhalten, dass man das neue Array quasi als Neues hat und das alte Array, weil man möchte ja vielleicht noch mit dem alten Array, ich will hier bei dem alten Array, will ich einmal filtern und einmal will ich alle Zahlen um eins erhöhen. Aber wenn ich dann vielleicht, wenn das Filter, das Map ja schon mal was mit dem Array machen würde, dann könnte ich ja keine weiteren Operationen mehr auf dieses alte Array ausführen, wenn vorige Operationen das schon manipuliert haben. Ja, ich hätte quasi, mein Original Array ist verloren. Ja, genau. Ja, gut. Nee, nee, das finde ich nicht gut. Darum ist gut, dass es so ist, wie es jetzt ist. Eine allerletzte Funktion, die total wichtig ist, die man immer braucht für ein Array ist, ich möchte herausfinden, ob mein Array die Zahl 23 beinhaltet. Also ob ein gewisses Element drin ist. Ist mir sehr wichtig, ja, dieses zu wissen. Ja, das glaube ich. Sonst ist es kein gutes Array. Für alle da draußen, merkt euch das Datum 23.11. Du eine nette Nachricht, gratuliert ihm zum Geburtstag. Ach, okay. Wieder ein Jahr älter, wieder Element plus eins. Ja, genau. Mein Alter wurde in der Schleife übergeben und um eins erhöht. Genau, wenn wir jetzt noch herausfinden wollen, ob wie gesagt ein Element die Zahl 23 beinhaltet, ich schreibe das jetzt mal hier unten direkt in das Konsole-Log rein, dann gibt es auch hier wieder eine Funktion, ein Befehl, das ich auf dieses Array aufführen kann, und das nennt sich includes. Aha. As simple as that. Manchmal sind die Funktionen oder diese Befehle ziemlich intuitiv. Ja, includes kann ich mir noch übersetzen, weil es nur von wegen beinhaltet. Aber ich habe mich vorhin gefragt, was ist eigentlich die deutsche Übersetzung von Map? Ne? Also irgendwie... Komm schon, jetzt fragst du mich was. Ist es zuordnen? Oh Gott. Oder ist es... Metten halt. Der Chat kann uns mal helfen, während du uns includes weiter erklärst. Genau, versucht mal eine coole Übersetzung für Map zu finden. Genau, und auch in diese includes-Befehl-Funktion muss ich auch wieder etwas übergeben, und da übergebe ich dann die Zahl 11 rein. Also die Zahl oder das Element, was ich halt überprüfen möchte, ob es in diesem Array drin ist. Aha. 11 oder, wir haben 23 gesagt, natürlich, 23. Und je nachdem, ob die Zahl jetzt drin ist oder nicht, bekomme ich jetzt ein True oder False zurück. Diesen Boolean-Type. Ja, also wir bekommen diesmal kein neues Array zurück oder so. Das macht ja keinen Sinn, sondern wir fragen ja, beinhaltet das Array die Zahl 23? Und dann muss uns natürlich ja was gibt, nur sagen ja oder nein. Und er sagt ja. Ja, das ist ein gutes Array. Das gefällt mir. So. Schreiben wir mal irgendeine Zahl ein. Hast du eine True-Leaping-Zahl, die nicht in dem Array drin ist? Äh, 1987. Schauen wir mal. Ist nicht drin. Nicht drin. Und jetzt gibt es noch, okay, noch eine kleine Funktion, die auch manchmal ganz hilfreich ist. Vielleicht möchte ich sogar nicht nur wissen, ob die Zahl 23 drin ist, sondern ich möchte wissen, an welcher Stelle im Array diese Zahl drin ist. Also jetzt willst du wirklich viel von der Poemiersprache. Jetzt, jetzt, hier, Mann. Martina wird fordern da, merkt ihr das? Heute ist richtig angezogen. Kein Kleinkram hier mehr. Das ist gerade Redakt. Jetzt ist vorbei. Jetzt müssen die Arrays arbeiten. Ja. So, okay. Genau. Also wie gesagt, ich möchte halt wissen, an welcher Indexstelle jetzt, also entweder 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder 4, die Zahl möchte ich jetzt, eine von den fünf Zahlen möchte ich jetzt zurückbekommen haben, wenn ich abfrage, an welcher Stelle denn die Zahl ist, die ich hier, ich tue das mal vielleicht kurz mal hier direkt hier unten drunter, dass man auch das Array selbst immer im Auge hat, dass man hier jetzt, ich meine, was würdest du erwarten, was jetzt raus, also was würdest du, wenn ich jetzt hier dieses andere Programm aufrufe, was würdest du jetzt erwarten, was zurückbekommt? Also wenn ich jetzt eine Funktion aufrufe, die mir jetzt einen Index zurückliefert von dieser Zahl. Dann müsste 0 rauskommen. Müsste 0 rauskommen. Schauen wir mal, wie die Funktion heißt. Und das ist immer so der Schritt. Ich will, ich rede gerade von Index, irgendwas mit Index. Okay, schauen wir mal, was es da gibt. Oh, Index Off. Nehmen wir doch die mal. Das heißt auch einfach mal, und dafür ist Visual Studio Code auch sehr, sehr gut, oder halt IDEs generell, weil ich habe auch irgendwo im Forum gelesen, man kann natürlich auch Editor++ oder auch einfach Word benutzen, aber Word hat halt nicht diese Autovervollständigungsmöglichkeit. Und wenn man einfach mal, wie zum Beispiel jetzt auf dieses Array Punkt drückt, weil Punkt leitet diesen Befehl ein, kann man einfach mal gucken, was eigentlich dieses Array überhaupt hat. Also so viele Unterfunktionen. Mega, es gibt so, so viele. Ich kann sogar das ganze Array hier zu einem String konvertieren. Es gibt so viele Sachen, die ein Array machen kann. Könnt ihr euch auch einfach mal anschauen und probiert es einfach mal aus. Führt es einfach mal auf euer Array aus und schaut was mit dem Printer das aus und schaut, was das mit eurem Array macht. Geh mal mit den Pfeiltasten durch. Dann steht doch da eigentlich diese Erklärung immer in Not... Sorry. Einmal mit. Oder wenn man da... Hier kann ich... Wenn ich hier auf die Frage... Auf das Ausdruck... Ah. Genau. Wenn ich hier auf dieses... Also hier dann nebendran, das hat man gerade vielleicht kurz nicht gesehen, dann, wenn ich da drauf... Eben war das... Ah ja, genau. Genau, jetzt. Wenn ich hier mit dem Pfeiltasten... Genau. Dann sehe ich, was... Hier zum Beispiel find returns the value of the list elements in the Array where predicate, also predicate heißt Bedingung sozusagen, is true and undefined otherwise, ja. Also das sind halt... Da muss man dann vielleicht schon ein bisschen wissen, was so ein paar Begrifflichkeiten heißen hin und her, aber ist auf jeden Fall mega spannend. Das Obere hier, also wir haben einmal die Beschreibung und diesen oberen Block hier, das ist quasi, was die Funktion erwartet und so Zeugs. Da wird's... Für Anfänger ist das jetzt gerade nicht geeignet, zu viel das durchzulesen, weil das halt jetzt gerade wirklich zu viel ist, aber... Aber ihr könnt doch einfach mal ausprobieren, was es so gibt. Ja, macht doch mit dem Array, was ihr wollt. Ja, tatsächlich. Genau, und wie gesagt, es gibt dieses Index of und wenn du richtig liegst, siehst du, ob das Licht... Wenn das Licht aus geht... Null. Und... Elf wäre dann natürlich jetzt eins und so weiter und so fort. Genau, wir erinnern uns, Index im Array fängt ja bei Null an zu zählen und genau diesen Index gibt uns die Funktion jetzt aus. Ja, weißt du, was... Weißt du, was zurückgegeben wird, wenn ich jetzt das reinschreibe? Weißt du, was kann passieren? Ich kann's mir denken, ich verrate's aber noch nicht. Tatsächlich... Probieren wir's aus. Ja. Ja, genau, genau. Das heißt, theoretischerweise kann ich auch mit dieser Funktion herausfinden, ob ein Element enthalten ist oder nicht. Mhm. Weil, wenn ich überprüfe, ob Index of mir einen Minus 1 zurückgibt, weiß ich ja auch, ob's drin ist oder nicht, weil es findet den Index nicht. Also es findet dieses Element im Array nicht. Mhm. Es gibt also beide Möglichkeiten und es wird beides genauso oft benutzt. Das heißt, es führen immer mehrere Wege nach Rom. Das stimmt. Also es gibt ja auch noch ganz viele andere Funktionen und JavaScript ist ja auch eine Sprache, die wurde über die Jahre immer weiter entwickelt. Mhm. Und deswegen dieses Punkt Filter und Punkt Map, das kam, glaube ich, auch erst später dazu. Also wer in den 90ern angefangen hat, mit JavaScript zu entwickeln, der hatte diese Funktion noch gar nicht. Aber mittlerweile stehen sie uns halt allen zur Verfügung und deswegen können wir sie auch nutzen. Da kann ich auch auf eine Frage von Niklas B. eingehen. Wenn man programmieren lernt, sollte man dann die Funktionen Filter, Map, Index of, Includes und so selbst programmieren? Da lernt man doch viel mehr, als sie einfach zu verwenden. Oh, supergeile Frage. Oh Gott, ich liebe dich. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich mag es total. Den Gedankengang, der ist so cool, weil ich finde es immer besser, durch die Hölle zu gehen, bevor man bequem wird. Das klingt jetzt, das klingt jetzt dramatisch, aber es ist tatsächlich so, ich finde es immer besser, wenn man einfach mal Funktionen selbst implementiert, um zu sehen, was da eigentlich dahinter steckt, auch um, um halt mal zu überlegen, um halt selbst mal auf Programmierung ein bisschen zu lernen und so weiter. Und dann später kann man sagen, okay, jetzt benutze ich einfach die Funktion dafür. Also die vordefinierte Funktion. Diese ganzen Funktionen, die es auf die Arrays, es gibt auf dem String, gibt es eine Funktion, da will ich noch ganz kurz darauf eingehen. Es gibt auch Zeichenketten. Wenn man eine Zeichenkette definiert, gibt es auch Funktionen. Wenn ich auf eine, wenn ich auf ein Array, wenn ich auf eine Zahl, eine einfache Zahl hat auch eine Funktion, dass ich diese Number, diese Zahl zu einem String umwandeln kann, zum Beispiel, oder so Sachen. Und diese Baublöcke wurden, wie du schon gesagt hast, mit der Zeit halt als Hilfestellungen für uns entwickelt, für uns Entwickler, weil wir wollen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Und im Endeffekt ganz, ganz zum Schluss wollen wir nicht immer wieder die Funktion selbst implementieren. Aber als Programmieranfänger, Niklas war der Name, Niklas ganz genau, es macht Sinn, es ist auch mal cool zu überlegen, okay, weißt du was, ich tue jetzt mal einen Index auf irgendwie selbst, also ich iteriere das selbst mal irgendwie über die Arrays drüber oder so und schaue mir das mal an. Das finde ich sogar super cool. Ich bin voll begeistert. Wir können das mal als Bonushausaufgabe machen, dass ihr mal die Funktion inkludes quasi selbst schreibt. Genau, das ist Bonus. Wir haben ja auch viele Leute, die schon ein bisschen probieren können. Dann habt ihr jetzt so ein bisschen, dann habt ihr jetzt eine Fleißhausaufgabe, womit ihr euch ein paar Bonus-Sternchen in euer Hausaufgabenheft verdienen könnt. Das erinnert mich immer an dieses früher in dem Matheunterricht, wenn dann die Streber kamen und irgendwas gefragt haben und dann hat der Lehrer eine extra Hausaufgabe aufgegeben und alle haben mich. Oh, Niklas. Danke, Niklas. Okay, bevor wir zu den Hausaufgaben kommen, will ich noch ganz kurz die Zeit rennt immer so schnell, das ist so vollkommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir haben nur eine Stunde, leider. Auf jeden Fall. Wir müssen, vielleicht muss man das an irgendeiner anderen Stelle irgendwie weiterführen. Aber nun ja. Und zwar will ich ganz kurz, weil für die Hausaufgabe braucht ihr vielleicht andere Funktionen noch, die man auf dem String ausführen kann und muss. Okay. Genau, dafür würde ich jetzt ganz kurz hier unten wieder, also alles, was wir hier oben drüber jetzt gemacht haben, also mit diesem Filter und If und alles, braucht man für die Hausaufgabe. Ich will euch nur ganz kurz noch zeigen, was man, was ist für Funktionen für einen String, also für eine Zeichenkette. Ich sage immer String, weil String ist der Fachbegriff, für eine Zeichenkette gibt. Das heißt, wie nennen wir den String, nein, wir nennen ihn, nein, wir nennen ihn, nein, wir nennen ihn nicht Cat, wir nennen ihn Foo. Und diese Zeichenkette heißt, heißt, Grüße an die Rocketmates. Okay. Wer sind die Rocketmates? Ich möchte ganz kurz, bin ich, ich schon die ganze Zeit, Rocketmates gibt einen Discord-Channel, könnt ihr im Forum nachlesen, aber es gibt auch, also auf der BDV-Seite gibt es auch einen Link zu diesem Discord-Channel. Da gibt es nämlich Discord-Server und da gibt es nämlich einen Channel, der heißt Technik und Dev und da sind ganz viele Leute, die euch helfen würden, aber auch Programmieranfänger, auch Grüße gehen raus an Trooper Max, Birne und Tibor, genau, mit den drei habe ich sehr viel zu tun, die haben mir schon voll viel geholfen, zum Beispiel für die Empfehlung, was für ein Mikrofon ich kaufen soll. Auf jeden Fall eine sehr coole Gruppe. Sehr gut. Faut einfach mal vorbei und da könnt ihr auch eure Hausaufgaben besprechen, da bin ich am aktivsten sogar eigentlich. Jetzt, was ihr vielleicht nämlich nicht wisst oder halt noch nicht wissen könnt, ist so ein String ist ein Array. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Was? Say what? Martina, jetzt fängst du schon wieder mit so komischen Sachen an, aber ist es tatsächlich, weil ein String ist nichts anderes wie ein Array aus Buchstaben, aus Zeichen. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt, oh, oh, jetzt machen wir ein kleines Quiz, das heißt, wenn ich jetzt hier Foo an der Stelle 11 ausgebe, tut mir leid. Welcher Buchstaben kommt jetzt raus? Ich muss jetzt kurz zählen. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 9, 10, okay, okay, ich glaube, ich habe es. Also entweder das E von die oder das Leerzeichen danach, ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, ich war gerade, oh Gott, oh Gott, schauen wir mal. Ja, das E. Das E von I, die. Also, ja, genau, 1, oder 1, 2, 0, 0, sorry, oh Gott, danke. Martina. Ich bin kein richtiger Informatiker, wenn ich das nicht weiß. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also 11, das hier, ganz genau. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch, ich habe einen Namen, wenn ich jetzt den Anfangsbuchstaben von etwas herausfinden will, zum Beispiel, ich möchte wissen, ob jetzt der Anfangsbuchstabe von diesem Wort vielleicht R ist, wie, was trage ich jetzt hier ein? Der Anfangsbuchstabe ist halt der erste, also auf Position 0. Schauen wir mal. Es müsste jetzt Schuh rauskommen nach deiner Überlegung. Eigentlich ja. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Oh, oh. Okay. Perfekt. Okay, und das brauchen die Leute für die Hausaufgaben? Das brauchen die Leute jetzt für die Hausaufgabe, denn die Hausaufgabe wird darin bestehen, dass ihr ein Airy anlegt mit euren Lieblingsbohnen und dort halt die Namen reinschreibt, wie zum Beispiel meine Lieblingsbohnen sind natürlich Doom und Tobi und Max und Florian. Grüße gehen nämlich raus an das Entwicklerteam von rbtv, die eine supergeile Arbeit genau jetzt gerade zu der Zeit machen. Stream ist nicht so einfach und Technik ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, glaubt mir. Wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, was die Entwickler alle leisten und deshalb kann man auch schon mal Danke an das Entwicklerteam von rbtv auch mal sagen, dass sie echt einen geilen Job machen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du mich kennen würdest, ich lasse das unkommentiert stehen, ich freue mich einfach über das Lob. Genau, kann man auch mal Danke sagen, auf jeden Fall. Und genau, also ich habe jetzt die vier, das ist ja gerade das Entwicklerteam, mit dem ich zumindest hauptsächlich zu tun habe und möchte ich, dass ihr aus diesem Array jetzt ein neues Array erstellt, dass mir quasi, ich übergebe eine Funktion, also ich habe eine Funktion, da übergebe ich ein Anfangsbuchstabe rein. Und was ich zurückbekommen möchte, ist ein Array von Bohnen, die diesen Anfangsbuchstaben haben. Ja, also ihr müsst uns eine Funktion schreiben. Genau, eine Function, die heißt Filterbohnen von mir aus. Ja. Und da soll ein String, also eine Zeichenkette rein übergeben werden. Das ist Pseudocode, das ist kein richtiger Code, was ich gerade hinschreibe, ist einfach nur so verdeutbar, weil das ist kein syntaktisch, semantisch richtiger Code. Semantisch ja, aber syntaktisch nicht. Und dann möchte ich, dass diese Funktion Filter, also ich sage mal String Anfangsbuchstabe, Anfangsbuchstabe, wenn ich schreiben könnte, dann wäre das einfach Filter, innerhalb dieser Funktion soll gefiltert werden von diesem Bohnen-Array nach übergebenem Anfangsbuchstabe. Und was ich zurückgebe, also Return, neues Array, mit Bohnen, gefiltert nach, nicht zu faul, nach Anfangsbuchstabe. Okay, das Pseudocode, den könnt ihr nicht wortwörtlich übernehmen und habt dann schon die Lösung der Ausaufgabe, sondern daran könnt ihr euch orientieren. Und wir erwarten dann im Forum, in mindestens fünf Minuten, so wie Drosten innerhalb einer Stunde antworten muss, so erwarten wir von euch innerhalb von fünf Minuten das Ergebnis. Schreibt uns diese Funktion ins Forum oder in die YouTube-Kommentare und damit schalte ich auch nochmal hier auf uns beide für die wunderbare Abmoderation. Wir haben heute ein bisschen angezogen das Tempo und haben ein bisschen tiefer gehend in die Arrays abgetaucht. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden und wenn nicht, dann habt ihr im Forum und bei den Rocketmates jetzt geeignete Stellen, um nach Hilfe zu fragen. Nächste Woche, am dritten, wenn ich mich nicht täusche, erwartet uns dann die letzte Folge dieses hervorragenden Formats. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir euch nochmal erklären sollen oder falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen, die abseits unserer geplanten Themen dann nochmal drankommen sollten, schreibt sie uns in die Kommentare und wir gucken uns das alles an. Und an dieser Stelle bleibt uns da nichts mehr anderes übrig zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Martina, wieder hervorragend, dass du da warst. Dankeschön. Ich würde gerne noch eine kleine Anmerkung sagen, weil es mich haben viele Leute auf Facebook angeschrieben. Was vollkommen in Ordnung ist, ich habe ja gesagt, dass man mich fragen kann. Auf Facebook bin ich nur nicht. Also ich bin auf Facebook schaue ich kaum rein. Ich habe auch gar keinen Messenger auf dem Handy oder sowas. Am besten, ihr könnt mich jederzeit fragen, am besten über Discord, Twitter-DM oder halt direkt im Forum als private Nachricht. Wunderbar. Dann wissen die Leute jetzt, wie sie dich erreichen. Hervorragend. Facebook, Leute, Facebook, nee. Facebook ist 2011. Sorry, aber wir sind Programmierer, wir orientieren uns am Puls der Zeit und Facebook ist ja da. Nee, nicht mehr so da. Gut. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Du, danke, dass du mit mir durchgehalten hast die Stunde. Na klar, na klar. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim restlichen Programm von RBTV und das war's von uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.